Ihr seid schon sehr gespannt was es mit dem Geheimnis des Klopapiers auf sich hat. Nun gut, dieses Geheimnis will ich euch zeigen. Und zwar hier hinten hat es ganz versteckt ein Mäuseloch. Das hat magische Fehligkeiten. Wie das logisch sein soll, keine Ahnung. Schau ich auch mal schnell weg. Es ist eigentlich nur ein verborgener Raum mit mächtig viel Kies. Fiesen Geisen. Wie gesagt so ein alter Falter. So jetzt können wir sie einsaugen. Zuerst mit dem Feuer betäuben und dann einfach einsaugen. Das ist aber zwei an oder? Einen gerade erweckt und der andere schwirrt ihn noch irgendwo rum. Ja, ganz genau. Das ist doch eine coole Kombo oder? Zuerst Feuer, dann Licht, dann saugen. Kann man mir das so pervers oder was? Ja, das war ja noch ziemlich viel abgesaugt. Muss ich schon sagen, boah. Mann, ey. Mann, ey. Na, okay, der war zwar weg. Mein Fehler. Der war ja aber nicht schon wieder. Es hat so viele Geister hier drin. Das ist ja nicht unglaublich. So, jetzt wenn ich den mal... Wie gesagt, mir ist es hier hinten irgendwo noch einen blauen Geist gegeben hätte. Na, Gott sei Dank. Mal eine Goldbahn, der kann auch nicht schaden. Hier noch etwas Kies. Das sind ja noch gar nicht mies. So. Kannst du mal, Note? Ich bin doch alle. Seid mir alle wertvoll. Scheiße. Heute klappt gar nichts, aber... Sieht zumindest hübsch aus, wa? Du, 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 du. Okay, ich habe nur noch warme Luft hier drin. Scheisse. Na, egal. Wow, alter Falter. Was haben wir hier denn alles? 1 a 4. 1 Smaragd. Und ein Rubin. Alter Falter, die ganze dritte Pokémon-Generation. Ich kann nur noch Feuerrot und Blattgrün, aber naja. Das irgendwie als Edelmetall darzustellen wäre ein bisschen schwierig, wa? Egal. Ach stimmt, hier hat es auch einen Bubu. Was, hier hat es auch einen? Ich kann... Aber... Irgendwie schon fies, oder? Weil, äh... Sonst würde einem mir... Dogisch betrachtet einer fehlen, wenn man den jetzt... Oh ja. Diesen geheimen Raum irgendwie übersehen würde. So, wer bist denn du? Burschabier. Oh man, das kann nicht alles aus Buh machen. Ganz nah, man kann sie einsaugen. So Professor Egid, was sagst du denn dazu? Ja, ich muss... Mir schicken, du bist ganz toll, bla bla bla. Kennen wir alles. Gebacht Luigi. Das sag ich lieber mal nicht, so. Äh... Wo hängen jetzt? Ich hab mal einen Schlüssel nach da hoch. Zwei Bubus fehlen mir noch, da sind wir ja getürmt. Den einen versuche ich jetzt zurückzuholen, vielleicht schaust du es auch den anderen noch. Mal gucken. Juuu... Du... 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 Der hier ist mir getürmt. Hä? Was ist jetzt nicht mehr hier? Verdammt! Okay. Mein Fehler. Sollen in den Gang. Du hast doch ein Herz. Jawoll. Dankeschön. Du kannst mich mal meinem... äh... meine langen Nase lecken. Sonst wäre sie ein bisschen pervers geworden. Hier war's. Was ist denn im Raum da hinten? Ist er nicht da? Niemand zu Hause. Doch ist er da! Haha, ich wusste es doch. Zurückkehrt diese feige Sau, ey. So, wo bist du? Hä? Wo bist du? Hallo? Ah, jetzt. Mann, komm raus da! Hä? Mann, komm raus da! Mann, ich sag da raus da! Hä? Mann, ich sag da raus da! Mann, ich sag da raus da! Hä? Leute, ah, jetzt. Geht doch! GameBoo! Und du kommst gleich zu mir! Komm hier, GameBoo! Verdammt! Hei... Schissene... GameBoo ist mir schon wieder getürmt! Verdammt! Was soll denn das? Wir hauen die mal ab! So macht's irgendwie keinen Spaß, wenn ich mir dauernd fehl, oh Mann! Und der mir auf den Senkel geht, der gleich auch, Mann! Was ist hier hingetriegt? Komm her, Mann! Okay, jetzt sind wir wirklich abgehauen, meine Güte! Hört man so mal aus gerade im Haus? Bin ich hier richtig? Ja, ich bin hier nicht richtig! Gibt sich immer durch zwei Geister sogar! Aber erst mal, Nummer 1 fangen! Nein, hier, irgendjemand! Oh, du bist doch... So, manche Geister sind echt mühsam zu fangen, hey! Und der jetzt gerade wäre besonders witzig! Alter Falter! Mann, ist der schnell, ey! Das glaube ich ja nicht! Oh! Es kann es nur noch um Stunden handeln, Freunde! Nur noch um Stunden! Okay! Jetzt bin ich bei 9 unten! Alter! Wie lange soll das Spiel noch dauern? Okay! Nach seiner Mann lachen noch sehr lange! Mann! Mann! Was ist los? Das Treffen gar nicht richtig! Mann! Der geht mir sowas von auf die Schaltkreise, hey! Zum Schluss hier! Natürlich berührt er mich auch immer noch, weil er ganz witzig ist! Das ist wirklich... Boah! Kaum fangen, hey! Unglaublich! Man könnte man ja sagen, so ein 300er Geist oder so! Ist das möglich wahr? Keine Ahnung! Keine Ahnung! Wir hätten dich eigentlich schon längstens einfangen müssen! So jetzt ein Verschluss hier! Oder auch nicht! Wo ist denn jetzt hin? Wir sind noch hier! Das dauert und dauert! Das dauert viel zu lange! Was?! Du bist ein Arsch! Du bist einfach nur ein Arsch! Mann! Hallo, hei! Mehr Leute, er hat mir keinen Rat oder so! Was mache ich falsch? Du! Ich setze gleich mal ein Feuer an! Wenn wir vielleicht waslane? Dürfen wir den stinkfassen or so! Der Typ hier ebenfalls! Dreck! Du wohnst jetzt mit dem Feuer? Ja da unten, oder? Feuergeist! nachher zu mich dankeschön jetzt versuche ich mal eine neue strategie das kann ich hierhin ich hätte schwirren können aber hier lang das wäre mal übel etwas verwirrt gibt es dazu schon nicht die richtige tür aufmachen es könnte auch sagen dass er wieder hier ist manchmal flüchtig noch zurück oder es hat nur ein arschloch sonst nichts weiter nach einer energie ich glaub es nicht keine sorge den krieg sonst will ich nicht luigi heißen das nicht schaffen sollte gut heisst ich ziemlich auch nicht aber ist ein anderes thema das ist sowieso hier lang ist jetzt drin nö gut ein bisschen untersuchen oh ich kann Musik machen Luigi ist richtig musikalisch du 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 ja richtige Mario Bucke kommt hier auf das finde ich ja so cool du 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 ein bisschen Kies das schadet auch nie alles klar kommst du dankeschön vielleicht schaffst du es noch diesen gar nicht zu fangen obwohl der war echt übel vor allem wird hier ein bisschen Mario Geschichte abgefragt und in der bin ich hundmiserabel das war nix luigi es muss schon das richtige machen und so jetzt das ist auch etwas Musik von sich ab die Haare fährst recht mit dem Trapet oder was das ist alles ja die Musik einzeln auch noch ok du 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 jäh ich habe noch was vergessen oder so ne ok der musikalische Geist erscheint ich heisse diese Melodie ja man nennt mich die geistreiche Schönheit der Elfenbeintasten wie so auch immer während Rührende Darbietung seit Jahrhunderten hat mich kein Stück mehr der abverzaubert aber eben alles gut meine Bros gibt es noch gar nicht so lange du scheiße ich muss die Musik heißen sein maximier meine Klaviersonate anhören das werde ich ganz weit versuchen ach du scheisse dieses Stück ist doch noch einmal Rhymne spielen könnt ihr diesen Classic hat? nö das Mario Bros war es nicht das Mario Bros 3 das kann ich mir auch nicht vorstellen das muss 3 sein oh Gott sei Dank ich hab ein Ducken wie ich sehe bist du musikalisch annähernd so bewandert wie ich als bin kannst du dich nicht vielleicht wenn ich mit meinen lieblichen Notenblättern auseinandersetzen nicht wirklich scheiss Notenblätter ich hasse Noten egal ob die Schulnoten noch wo sie Noten sind und besser wirst du jetzt eingestuft man nicht fang dich ein als ob es kein Morgen mehr gäbe du kannst dich wehren so lange du willst es bringt dir nix man ok ok ich hau lieber ab na ich rutsch langsam aus Freunde Freunde ich hab's geschafft man in einen Zug wuuf die alte Einfallleiter gäbe es kein Morgen mehr ah wonderful sag ich jetzt nur jup ich hab schnell einen Schlüssel geholt einen wuhu hab ich gehört und auch gesehen wir müssen saugen benutzen gibt doch auch so wulang jetzt da unten oh nein oh nein den Raum kenn ich noch der war übel ja nicht Mario rufen waaaaah so ist nur ein Ball es ist doch NUN ein Ball So, wo ist der Buhu? Wo hast du dich versteckt? Nach kleinem Klavier. Du bist jetzt nirgendwo mehr. Hallo? Geht doch! Das war jetzt der Alte. Buhu Jäger, ja, ja, schön, schön. Wo ist jetzt der Andere? Da gibt es ja zwei. Oder ist er auch hier drin? Zwei in kleinem Klavier. Meine Güte. Was Romeo heisst, oder was? Seltsam Namen immer. Oh, nicht zu nahe, nicht zu nahe. Der war einfacher zu fangen. Schon 12 und 50. Wer macht einen Fortschritt, Freunde? Fast ein Viertel. Gib 8 Luigi, ja, ja. Wie immer, wa? Boah. So. Ich bin noch ein bisschen. Ah, ich wusste es doch mal. Ein bisschen Kies hat es noch. Irgendwie vermisst er noch. Ah. Vermisst er noch was, Leute? So eine Goldmaus. Wann kommt denn die eigentlich? Na ja. Ja, ist schon gut. Ein bisschen ganz lustiger. Weiss doch schon. Holen wir noch etwas Feuerpower. Und ein Gutgerüsse für den nächsten Part. Dann im nächsten Part geht es genau da weiter. Und der Raum war übel. Also der Raum an sich. Mann. Der Raum an sich nicht. Aber der Geist da, der war echt schwer zu fangen. Das weiss ich noch. Meine Arme da oben. Ich glaube, ich brauche dringend ein Hornhaut oder ein Handschuh oder was auch immer. Also dann. Freunde, ich hoffe es hat euch wieder mal gefallen. Obwohl ich einen grossen Teil von diesem Part ja dem Geist nachgeahmt bin. So ein dämlicher Buhu eh. Wenn er mir nochmal unter die Fingern kommt. Na ja. Jetzt habe ich ihn ja. Gott sei Dank. Also dann im nächsten Part geht es hier weiter mit dem nächsten Fight. Beziehungsweise mit dem nächsten Zimmer. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Tschau zusammen.